Hallo Massen und herzlich willkommen bei einem neuen Blitz Review, heute mit Gastsprecher Boris Karloff, nein, Entschuldigung, aber ihr merkt vielleicht an dieser Stelle, dass ich mich noch nicht so richtig von der alljährlichen Weihnachtsgrippe erholt habe. Und was macht man, wenn man krank ist? Man guckt sich Filme an, während man sich im Bett Chips, Salzstangen und was weiß ich nicht noch was reinzieht. So haben meine bessere Hälfte und ich es auch gemacht und haben uns jetzt unter anderem Batman vs. Superman angeguckt. Wie man an dem letzten Review gemerkt hat, war ich ja auch schon ein großer Fan von Suicide Squad und war davon sehr beeindruckt. Insofern bin ich nicht mit allzu großen Erwartungen an Batman vs. Superman rangegangen und, ja, was soll ich sagen, der Film ist besser als Suicide Squad, was aber nicht viel heißt. Okay, wo fangen wir an? Während der, fangen wir ganz am Anfang an bei der Story. Während den Ereignissen des Man of Steel Films, praktisch dem Prequel zu Batman vs. Superman, ist unter anderem der Wayne Tower zerstört worden und ein persönlicher enger Freund von Bruce Wayne vs. Batman, hier gespielt von Ben Affleck. Dieser schwört Rache und es läuft alles, na, im Rahmen von einem gewissen Hickhack auf ein großes, ähm, bashing zwischen Batman und Superman raus, nachdem Batman, äh, nachdem Superman wiederholt Batman darauf aufmerksam macht, den Ball flach zu halten und nicht mehr Verbrechen hinterher zu dackeln. Gleichzeitig haben wir einen Plot, in dem, äh, äh, Superman für den Kollateralschaden, den er verursacht hat, verantwortlich gemacht werden soll und die philosophische Frage, ob Superhelden über dem Gesetz stehen oder zur Verantwortung gezogen werden sollen. Und nebenbei haben wir dann auch noch einen Plot, in dem Lex Luthor, ähm, die Macht über das abgestürzte, also was heißt, die Macht, die Kontrolle über das abgestürzte Kryptonia-Raumschiff übernimmt und dort etwas erschafft. Und Wonder Woman. Äh, okay. Ähm, zuerst der Elefant im Raum. Die aktuelle Manifestation von Batman verkörpert durch Ben Affleck. Ich finde, Ben Affleck macht seine Sache als Batman nicht schlecht. Besser als George Clooney, was aber das gleiche ist, wie zu sagen, dass Batman vs. Superman besser als Suicide Squad ist. Ähm, nicht so gut wie, äh, Michael Keaton, was allerdings auch schwierig ist, weil kaum ein Batman so gut ist wie Michael Keaton, meiner Meinung nach. Äh, ich fand, ich bin, ich fand Ben Affleck als Batman nicht übel. Superman sah meiner Meinung nach ein bisschen komisch aus, weil abgefuckt und irgendwie, äh, müde und, 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 ich weiß nicht, aber trotzdem, er hat als Superman funktioniert. Gal Gadot als Wonder Woman. Ich finde nach wie vor, dass Gal Gadot für den Charakter Wonder Woman zu zierlich ist. Wonder Woman ist für mich stark, ist für mich muskulös, buffed und, und, und breitschulterisch, wie eine Schwimmerin quasi. Und, ich weiß nicht, das hat mir bei Gal Gadot gefehlt. Ansonsten, äh, ob man den Charakter Wonder Woman unbedingt in diesem Film braucht und er wirklich was für den Film getan hat. Darüber kann man sich streiten. Spoiler, nein. Aber, äh, sie hat ihre Rolle so gut es ging hingekriegt. Kommen wir zum Joker. Entschuldigung, Lex Joker. Sorry. Joker Luthor. Lex Luthor. Das war nicht Lex Luthor. Das war der Joker. Lex Luthor ist ein, ja, nicht älterer Herr, aber er ist halt auch kein Jugendlicher, wie er da wirkte. Ich weiß, der Schauspieler ist nicht jugendlich, der ist irgendwo Mitte 20 oder so, keine Ahnung. Ähm, aber ich empfand Lex Luthor erstmal per se als zu jung. Hätte diese Figur, wäre diese Figur eine, ähm, Inkarnation des Jokers gewesen, hätte ich den Charakter in Ordnung gefunden. Aber, das, was wir da gesehen haben, war kein hochintelligenter Geschäftsmann mit Präsidentenambitionen, wie es Lex Luthor eigentlich ist. Das war der Joker. Entschuldigung, aber ein Typ war geisteskrank. Überhaupt, die ganze Charakterzeichnung in diesem Film, äh, hat sowas von nicht gepasst. Batman, der eigentlich rational ist und, 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 und Logik vertritt und nicht tötet, verdammt nochmal, ähm, wurde zum rachsüchtigen, äh, Killer und, 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 Richter, Henker und Vollstrecker. Das passte nicht. Ich mein, es gibt eine Storyark von Batman in den Comics und ich glaube, ja, doch, auch als, äh, äh, animierter Film, in dem Batman für jedes Mitglied der Justice League einen Plan entwickelt hat, mit dem er jedes Mitglied der Justice League besiegen kann. Auch für sich selbst. Und das ist irgendwo ein, 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 eine Demonstration von Logik und Rationalität, die in diesem Machwerk völlig außen vor blieb. Superman droht Batman auszuknipsen, wenn er nicht spurt. Superman zieht all so ein General-Zort-Ding ab. Bow to me! Und das passt meiner Meinung nach auch nicht. Wonder Woman sagt nix. Also, so gut wie nix. Ich weiß nicht, Wonder Woman ist als Charakter in diesem Film total, ja, unterentwickelt. Und, wie gesagt, man hätte sie auch weglassen können. Ohne Scheiß. Das hätte niemanden gestört und niemand hätte sie vermisst. Sind wir doch mal ehrlich. Und, ich weiß nicht. Was mir Spaß gemacht hat, war das Ganze drumherum mit dem Film. Die Welt an sich hat mir gefallen. Die Gadgets, ähm, Gotham City, Metropolis. Das war alles in Ordnung. Da hatte ich nicht so das Problem mit. Die Story war überraschend unspektakulär. Und, Achtung, Spoiler, ähm, das am Ende Doomsday noch schnell ausgeschissen wurde, um großen Bash zu machen, äh, hat den Braten auch nicht mehr fett gemacht. Kommen wir zu dem Bash. Der Film heißt Batman vs. Superman. Das ganze Public Relations Genuss, die ganze PR-Kampagne, der ganze Aufbau deutete auf ein riesengroßes Material, schlachtmäßiges Ding zwischen Batman und Superman hin. Die beiden prügeln sich auf Veromme, bis nichts mehr steht. Das hat man erwartet, das wurde kommuniziert, und darauf hab ich persönlich gehofft. Ich hab mir vorher also keine, ähm, großen Reviews angeguckt, ich hab nur mitbekommen, dass der Film schlecht sein sollte. Aber ich bin wirklich davon ausgegangen, dass es bei dem Film Batman vs. Superman um Batman vs. Superman geht. Und nicht um Batman und Superman hauen sich 10 Minuten die Fresse... Nein, tun sie ja nicht mal. Batman und Superman werfen sich 10 Minuten durch die Gegend, um dann von Wonder Woman abgeklatscht zu werden, damit sie zu dritt auf Doomsday äh... drauf gehen. Ich weiß nicht, der ganze Film wird etabliert, dass Batman Superman hasst und auslöschen möchte. Er trainiert dafür, er baut sich Waffen, um Superman zu besiegen und ist kurz davor, Superman auszulöschen mit einem Kryptonitspeer. und im Kern sagt Superman Mama und die beiden sind Freunde. 10 Minuten. Der Kampf dauert... Ich hab's nicht genau gestoppt, aber der Kampf dauert rund 10 Minuten und danach bezeichnet sich Superman... äh... bezeichnet sich Batman tatsächlich als Supermans Freund. Und... ... Es stellt sich abschließend die Frage, ist Batman vs. Superman der ultimative Scheißfilm, als der er vielerorts kommuniziert wird? Nein. Muss ich ganz ehrlich sagen, nein. Der Film ist schön inszeniert, der Film sieht oft gut aus, außer wenn der Kameramann besoffen ist oder man immer nur Nahaufnahme in den Kampfszenen hat, dass man kaum was erkennt, aber insgesamt sieht der Film hübsch aus. Er hat bei seinen zweieinhalb Stunden, sind es glaube ich im Extended Cut, ähm, wenig Längen, auch wenn irgendwie nicht wirklich was passiert und ihre Ehigkeiten brauchen, um überhaupt ein paar Superhelden zu Gesicht zu bekommen. Ähm, die Kräfte von Superman, wie das umgesetzt ist, das gefällt mir ganz gut. Am Ende wird es sehr CGI-lastig naturgemäß, aber auch das ist okay-isch. Insofern die Materialschlacht bekommt man, wenn auch sehr viel anders als erwartet. Und wer nur für die Materialschlacht gekommen ist, geht auch halbwegs zufrieden. Wer aber einen Batman-Film oder einen Superman-Film, was das betrifft, ähm, sich gewünscht hat, bleibt wahrscheinlich relativ unbefriedigt zurück. Ich habe mich über die seltsame Charakterzeichnung aufgeregt, die wirklich gegen alles spricht, was über die Charaktere bisher etabliert wurde und weiß nicht. ne, der Film hat mir nicht gefallen. Ich hoffe einfach mal, dass für den Justice League Film, der vorsichtig ausgedrückt angeteasert wurde, indem man alle ursprünglichen Justice Mitglied, Justice Glied Mitglieder, geil, Justice League Mitglieder angeteasert hat, Flash, Aquaman und wer sich da sonst noch rumtrieb. Ich hoffe, dass der Film besser wird. Ich hoffe, es wirklich der hier war meiner Meinung nach nicht so richtig toll. Diskutiert es gern mit mir. Teilt mir eure Meinung mit, ich würde mich darüber freuen. In diesem Sinne, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.